Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich ein Auszahlungsvideo mit meinem Lieblings Forex & Safety Broker NSB machen. Aktuell habe ich keine offenen Trades. Wichtig ist, dass ein Broker auch regelmäßig auszahlt. Das ist bei NSB der Fall. Ich besitze zwei Konten, ein US-Dollar-Konto und ein Euro-Konto. Wenn du Interesse hast, kannst du dich noch für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat bewerben. Dieses Coaching ist in Spanisch, Englisch oder Deutsch möglich. Ich habe noch insgesamt sieben Plätze frei. So, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Adios.